Hallo! Oh Gott, Begrüßungen sind immer noch schlimm. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal besser wird, ich finde es gruselig. Es gibt immer wieder Videos bei YouTube, wo ich denke, dass sie schon fast zum Standardsortiment eines jeden YouTubers gehören. Jeder hat so ein Video mal gedreht, jeder dreht so ein Video nach einem Jahr wieder, weil sich bestimmt irgendwas geändert hat. Dazu gehört auch die Morgenroutine. Ich glaube, ich kenne keinen YouTuber, der so ein bisschen was mit Lifestyle oder Beauty zu tun hat, der noch nicht mindestens eine Morgenroutine gedreht hat. Ne, kenne ich nicht. Aber bei manchen YouTubern, ich habe gerade gestern wieder ein Beispiel gesehen, überlegt man sich doch, ob die das tatsächlich ernst meinen. Ganz im Ernst. Mir fällt es irgendwie immer schwer, das denen zu glauben, weil ich weiß nicht, vielleicht mache ich da irgendwas falsch, vielleicht läuft in meinem Leben irgendwas falsch, aber ich stehe echt jeden verdammten Morgen echt anders auf. Ich glaube, Musik Musik